so hallo und willkommen zu einer neuen folge jetzt benutzen wir mal die industriegebietskarte wirklich ihr seht hier nicht mehr so viel profit aber jetzt schauen wir uns mal eine andere karte an zum beispiel hier die technologiekarte wir sehen hier hightech kommt langsam an langsam kommt zeitig auf jeden fall das ist schon mal positiv grundstückspreiskarte ein bisschen wohlhabend wir haben 115.000 einwohner das muss jetzt aber reichen das gilt reicht mal hier schön metall machen prozessoren haben wir langsam auch ein bisserl das kann man mit prozessoren machen ich weiß es nicht die bauen so schöne fabriken die straßenbahn ist ja voll ich frage mich wie viele jetzt mit der straßenbahn fahren wo ist denn dieser zweite straßenbahnhof auf Schnee hingebaut da gleich geht man aber ganz wohlhabenden weiß ich nicht auf jeden Fall die Uni hat die genügend Leute und auch schon wieder Upgrade was für eine Uni brauchen wir? Engine Yoss Uni dann können wir gleich nochmal hier in die Straße hin und dann können wir hier noch ein paar Gebiete ausweisen die sind ja kostenlos hier könnte man noch ein bisschen zubauen hier auch noch weil ich warte immer noch so auf die Hochhäuser die ich mal in so einer Stadt hatte jetzt noch mal das Musik hier ist Achtung, guck gleich mal auf den Geldstand unten Drei, zwei, eins und Geld kommt Machst du nicht wundern, warum ich jetzt stumm war? Ich hab wie gesagt hier ein bisschen, ich bin ein bisschen leise geblieben damit Stopp, stopp, stopp Hilfe Was ist denn da los? 3000 Menschen Och, mein PC wird sicher schon ganz schön warm Ach nee, das ist an mir, kühl Wo gehen die ganzen Menschenmassen nur hin? Ist da ganz schön was los Oh, die Strassmann fällt sogar wieder einigermaßen gut Was Leichtmetall Wie produzieren die denn? Hm, wo kann ich jetzt noch so ein Lager hinbauen? Das Verlegen über aufgestellte Gebäude ist nicht erlaubt Dann würde ich vier auf jeden Fall nach Hause machen Das nicht doch wahr Wieso? Wieso? Das ist geradeaus Wie auf einmal? Wie? Auf einmal? Oh, dass es jemand gesehen hat Das muss jetzt mal kurz sein? Entschuldigung Sorry 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 Ich brauche ein bisschen Strom Das ist doch nur Atomkraft Das ist doch nur Atomkraft Atomkraftwerk braucht nämlich ein bisschen viel Strom Das mal so zu sagen Wo die Scheiße fließt schon kaum noch So Alles wieder alles Also alles wieder Okay So nochmal das eine Ding hier Ausmachen Und dann fragen wir mal hier Was mit dem Typen los ist Unsere Stadt hat eine herrliche Universität mit vielen einzigen jungen Studenten Nordytaun ist für die gesamte Region Let's play die Hochbunker Bildung Dank ihnen hat die Stadt jetzt eine gewaltige Energiequelle die wir mit der ganzen Region teilen können Wir achten sie nur darauf dass die Facharbeit zur Verfügung stehen Ich bin stolz auf dass wir zusammen erschaffen haben Nordytaun Schiffe Ja, ja, schön Ich muss erstmal hier so einen normalen Bootreaktor noch dazu vorstellen Jetzt haben wir aber einen gewaltigen Überschuss Das war nicht ein Wasser Aber Das werden wir schon hinkriegen So Warum sind die jetzt traurig? Das ist eine schöne Rauchwolke Und ich habe festgestellt in schon mehreren Welten theoretisch müsste jetzt hier erwartet Gegenüber von dem Kläranlagending Wasser sein Ja Da ist sehr viel Wasser Was bedeutet auch Ich muss das Versandlager woanders hinstellen Beziehungsweise muss ich alles mal ein bisschen umräumen Warum hängt das damit zusammen? Achtung, Achtung! Große Änderungen stehen davor So Kann man da eine Straßenbahnhaltschette hinstellen? Geht das nicht So, dann probieren wir jetzt mal was Aber das machen wir am besten erst in der nächsten Folge Also, tschüssi Bis morgen